In diesem Video werden wir lineare Barcode mit Telepon-Font. Die RPU Barcode Software Corporate Edition. Software verfügt über zwei Mode-Entwurf, Barcode-Einstellungen und desichen Ansicht. Barcode-Software hat eine maximale Menge von Barcode-Fonts. Wählen Barcode-Typ und Schriftart. Geben Sie Barcode-Wert. Sie können Kopf- und Fußzeilen hinzuzufügen. Sie können verschiedene Einstellungen wie Allgemeine, Schriftart, Farbe- und Bildeinstellungen des Barcodes, Header, Foto- und Ehrenwert zu ändern. Sie können mehr als ein Barcode auf einzelne Etikett mit desichen Ansicht erstellen. Geben Labeldimension und wählen Sie Kartentyp. Erstellen Sie Barcodes. Wählen Sie Barcode-Typ und Schriftart. Geben Sie Barcode-Wert. Hinzufügen Kopf- und Fußzeile in Ihrem Barcode. Software bietet Ihnen, Größe, Schriftart und Farbeinstellungen des Barcodes zu ändern. Sie können auch mehr als ein Barcode zur gleichen Zeit. Software ermöglicht es Ihnen, Text hinzufügen und ändern Ihre Schriften. Software ist mit erweiterten Möglichkeiten zur kundenspezifischen Formen, Bibliothekbilder, Wasserzeichen und verschiedenen Formen in Barcodes hinzuzufügen. Barcodes Software verfügt über Stapelverarbeitung Serie verfügen zur Liste mit sequentieller, konstanten Wert oder zufälliger Serie erstellen. Sie können auch Import und Export erstellt Barcode-Listen. Barcodes Software hat auch vorher Funktion gestaltete Etiketten in verschiedenen Formaten wie BMP, IPEG, GIF und PDF und so weiter exportieren. Im Moment sind wir mit einzelnen Barcode zu Demonstrationszwecken. Klicken Sie auf Druckoption. Hier haben wir zwei Modi, Vordefinierte und Handbuch. In vordefinierten Modus haben wir tausende von vordefinierten Etikettenaktien mit ihren Produktnummern wie ABA4, Formatic, Lorenz Bell, Herma und so weiter. Sie können die Druckeinstellungen zu ändern. Wählen Sie Benutzdefinierte und Einstellungen ändern und Druckbefehl geben. Barcode Etiketten sind hier Druck. Und wenn Sie die Druckeinstellungen manuell ändern möchten, klicken Handbuch und nach Ihren Medien gesetzt. Und Druckbefehl geben. Etiketten drucken und sofort einsatzbereit. Danke für Ihren Besuch.